Hallo, ich heiße Eva und komme aus Deutschland. Ich habe vor ein paar Tagen das MedBed getestet, habe mich schon riesig darauf gefreut und ich habe mir den Tag ausgewählt, weil ich so viel als möglich in meinem Wachbewusstsein einfach mitkriegen wollte, was passiert da, wie fühlt sich das alles an. Ich habe dann dem MedBed auch gleich den Auftrag gegeben, meinen Körper zu scannen und es ging dann sofort eine Energie durch meinen Körper mit Wärme und Wohlgefühl. Einerseits, auf der anderen Seite wurde die Energie, hatte ich den Eindruck, die bleibt immer an diesen Stellen, wo ich meine Problemzonen und Bereiche habe, einfach mehr dran. Ich habe das sogar empfunden, dass ich das sehe, wie so eine rote Stelle, rote Stellen in meinem Körper, wo sie mehr verweilt hat. Ich habe dann den Auftrag gegeben, alle diese Stellen zu heilen und diese Stellen wurden dann wieder also einfach vermehrt mit Energie bedient, auch mit Wärme und es ging immer so eine Energie auf und ab im Körper, aber auch sehr angenehm. Und an diesen Stellen habe ich sie halt einfach auch verstärkter gespürt. Ich habe dann eine Pause gemacht, nach viereinhalb Stunden und danach, wo ich wieder auf das MedBed ging, den Buffet gegeben, dass ich die Energie wieder mehr spüren möchte, weil die war zum Schluss ein bisschen so weniger fühlbar gewesen. Es war dann sehr spannend, sofort hat ein extremer Energieschub durch meinen Körper stattgefunden. Ich fand das eindrücklich, aber nicht unangenehm, sondern einfach nur sehr intensiv. Von den Füßen zum Kopf, über den Kopf hinaus sogar auch. Ich fand das jetzt persönlich nicht befremdlich, weil ich das durch Meditationsarbeit auch kenne. Nach sieben Stunden insgesamt habe ich es dann beendet. Als Nachgang habe ich jetzt ein paar Tage gehabt seit der MedBed-Erfahrung und kann einfach sagen, dass einige Stellen schon wirklich abgeheilt sind. Am Fuß, der Abholschmerz, das linke Knie ist seitdem ohne Schmerzen. Der Kopf ist zurückgegangen, aber natürlich noch nicht weg. Und ein Räuspern, das ich hier seit einiger Zeit habe, das ist auch noch nicht weggegangen. Ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit und finde es ganz toll, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe, wie viele andere auch. Und ich finde es eine ganz tolle Arbeit, die du, Oliver, machst mit deinem Team zusammen. Und es ist so toll, dass viele Leute diese Erfahrung machen können. Ich selbst würde gerne in der Forschung mitmachen, wenn es möglich ist, um einfach auch noch meine Entwicklungen weiter erleben zu können. Ich wünsche allen einfach, dass sie diese Erfahrung machen und annehmen können, es ist eine wundervolle Sache, dieses MedBed testen zu können. Und ich würde gerne in der Forschung mitmachen,